Tradition ist was für alte Leute. Die meisten Menschen distanzieren sich von Traditionen, von den Brauchtümern, von der Vergangenheit, von den tollen Gewohnheiten, die sich eigentlich ihre Vorfahren über Jahrhunderte angewohnt haben. Einzig und allein aus manchen negativen Punkten, die in der Geschichte passiert sind und natürlich auch aus den Einflüssen von anderen Kulturen, von anderen Machenschaften, die uns davon abhalten und unsere eigene Geschichte vermiesen und distanzieren von uns. Und daher mein Appell heute an dich und meinen Tipp, um dich optimal auszurichten, egal ob du Coach bist, ob du ein Mensch bist, der sich besser fühlen will oder Unternehmer, der weiter in die Zukunft gehen will und sich besser fühlen will. Es geht darum, sich optimal auszurichten und optimale Ausrichtung heißt, im perfekten Einklang zu sein mit seiner Vergangenheit, seiner Gegenwart und seiner Zukunft. Und dann funktioniert alles bestens. Herzliche Grüße aus dem schönen Altenstadt.